Hey Leute, wir sind hier in der Stadt, in der Förstengalerie. Ich will hier jetzt kein Geschäft nennen, aber hier... Nein, nein, das ist nur der Name. Das musst du ausblenden. Nein, die wissen ja nicht, welches Geschäft ich meine, Ui. Auf jeden Fall, die haben hier eben Energy verkauft. Ich will mir einen Film ab zwölf Jahren kaufen und diese verpickte Bitch an der Kasse sagt so, ja, Personalausweis, was will die Alte? Verkauf mir erst Energy und dann Film ab zwölf Jahren krieg ich nicht, oder was? Ich meine, kommt schon. Was für eine Bitch. Ganz ehrlich, wäre ich Chef von deren Würstel, hätte das mitgekriegt, hätte ich die sofort gefeuert. Ganz ernsthaft jetzt. Ich hätte die sofort gefeuert einfach. Ey, guck mal, ein langer Gast ist mal wieder da. Tommel. Story hier, ist richtig behindert. Er ist einfach Stoney Hen. Wenn ich die noch einmal sehe, irgendwo, ich schlag die, ich schlag die ins Gesicht, diese scheiß Bitch, Alter. So, das war's auch schon. Ciao. Ciao. Ciao.